okay leute dann geht jetzt der teil nummer zwei unserer deutschland tour weiter ich fliege standardmäßig mit dem eurofighter beim letzten mal war ich ja mit der f16 unterwegs das ganze findet im stream statt hier unten seht ihr auch den chat also wenn ihr nicht wüsst worüber wir reden vielleicht einfach mal hier mal mitlesen ich hoffe da kann man gut sehen auf geht's wir sind wir sind ein paar leute heute durch ihn war nicht wieder zu laut ist der ist sehr laut 100 pegeln hier aber geile maschine oder also die f5 tiger schon so was nice ist auch ich hab die ja leider nicht ich hab die meinem angebot hier und ich grüße sagen muss sagen ich bereue ist kein bisschen das doch schön ich könnte vielleicht auch noch mal den tik tok stream an machen wie schnell fliegen wir denn ähm darf du mal ich muss gerade den tiktok stream starten so 600 600 ist gut hallo tik toks hallo tik toks ja es ist die mehrzahl von den zuschauern die in tik tok sind tik toks hast du die 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 zuschauer jetzt zuschauerschaft jetzt so angesprochen mit tik toks ist es jetzt schon soweit okay ich überlege neuer flugsimulator neuer neuer hardware neuer aber auch schon mal überlegt ja und was hast du gedacht was von trust master oder so irgendwas gutes dann also ich will mich ja verbessern turtle beach hat einen geilen rausgebracht optisch sieht der geil aus haben wir noch keine bewertung raus eingeguckt es ist afalterbach ja afalterbach moment wir sind nähe münchen musst du anders aussprechen ja da war auch nicht afalterbach das sah so ähnlich aus afalterbach ist ja nähe stuttgart wo die amg mercedes herkommen okay und shindy okay das ist ein rapper echt okay versuch dich gerade mit einem tiger einzuholen tiger tiger ich bin der tiger sind da viele hinter uns oh ja ja den haben wir denn heute am start den goofy den gozilla den zoco blackmax standardmäßig reduce quasar rotan g real monkey mateo hart gainer wo ne da weiß ich nicht ob der da bei uns ist der konstantin ist da hab ich mal vergessen schreibt's in den chat moin finn gut geht's und selbst im november kommt ja auch landwirtschafts 2025 raus und was haben wir letztes mal noch geguckt simon die kam im wochentakt raus die spiele ne ja und äh planet coaster kommt auch noch raus wo wir bock drauf haben leute habt ihr bock auf planet coaster dass wir planet coaster spielen ich muss simon überholen ok ohne wunderschöne okay keine wunderschöne an gewinnen matthew christian dcs gibt's nicht brennico ist dann nicht schlecht es niemals ich kann hier und jetzt hoch und heilig versprechen dass ich niemals dcs spielen werde doch jemals sagt niemals nie doch 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 da sage ich niemals nie aber das reiht sich nach ganz ganz hinten ein jetzt kommt erst mal flugs im 2024 ja kommt dcs 24 raus stimmt wo 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 ist es es geht ja nicht ums spiel sondern eigentlich um euch also wenn ihr wollt mr theater aber nein es geht darum spielen es geht ja auch darum dass ihr könnt ihr podcast hören wenn es nur um uns geht oder ron gucken hat aber spaß gemacht ab ersten teil gespielt hat mich überzeugt zweiter teil zu holen aber erst von was ach so ein coaster ich hab da bock drauf ja aber wie gesagt landwirtschaftssimulator hat da auch erst mal vorrang luxem hat vorrang und fifa und fifa mal gucken vielleicht machen wir ein paar sachen uncut fifa könnte man ja gut uncut machen oder oder minimal gekattet vielleicht wird das ja so ein ding wie flugs im ich frage du fängst damit alleine an und dann komme ich irgendwann dazu und dann werden wir zum das ist hier keine 2024 preview sondern die haben uns gerade angeguckt das ist ja geil das würden wir euch gerne bieten ja das werden wir gerne bieten dafür vielleicht noch mal ein bisschen mehr abos da lassen dann auch irgendwann gar kein problem mehr ja das ist auch eine gute frage ne wie sieht es denn dann 20 25 20 26 aus beziehungsweise ja 20 28 kommt dann neuer microsoft flugs im teil raus glaube ich nicht haben wir jetzt vier jahre dieses spiel gespielt eigentlich du auf jeden fall nicht nicht habe ich 20 20 damit angefangen du hast doch recht zeitnah damit angefangen oder ja als raus gekommen ist ja wo ist denn der flug war krass man kann den 20 24 schon vor installieren okay ich rufe mal eben bei microsoft an und fahr mal eben ja leute macht das nicht macht keinen sinn spiele vorher zu kaufen also ich werde es wahrscheinlich machen aber ich mache auch content daraus aber für euch normalos macht es keinen sinn ja muss man ja sagen für den normalbetrieb noch mal eine woche später oder so ein gutes angebot oder was also ich würde den leuten immer empfehlen heute holt euch lieber ein game pass und spiel das spiel darüber der game pass ist erschwinglich und wenn ihr irgendwann sagt barben game pass habe ich gar nichts dann nur das game euch noch mal so rein rechnerisch wenn ich das dann nur fürs game macht bezahlst du natürlich mehr da kannst du aber die premium deluxe version kaufen ja stimmt so erster landepunkt hier in nürnberg landestopp in in schön nürnberg guten freunden aus nürnberg hallo grüße grüße schönen grüße in haus hier ist aber wunderschön mit den feldern ey alter die f5 tiger sieht auch richtig gut aus hier muss man sagen bin gespannt wie das grafisch sich noch mal unterscheiden welt ja ich auch aber jetzt guck mal hier die bäume das einfach nur so gesträuche und in den anderen saß aus als wäre da zum beispiel auch so ein stamm dabei und so das ist ja schon mal ganz anders aus ich habe irgendwie angst dass das nur bestimmte plätze sind und nicht überall so aber kann ich mir auch nicht vor ich glaube die machen baummodelle so wie hier ja wahrscheinlich auch genau füllen das einfach auf ja genau wissen dann hier ist ein wald und dann machen wir die tausend baummodelle rein oder so glaube ich glaube ich man aber die tiger mit ihrem stimmelflügel ist auch eine herausforderung zu landen sage ich ganz ehrlich schnell landen richtig stimmelflügel hallo ich liebe eure videos dankeschön skapoli danke dir ich liebe deinen namen philippos auf einmal alles weg dann kann natürlich passieren kann immer passieren alter sind die jocke drinnen der bahn hier und was in dem einen video ja gezeigt worden ist war ja die landebahn diese auch sehr 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 gut aus optisch auch so mit abnutzung und so da gibt es ja auch schon eine mod ne ja sehr steil rein hier glückwunsch zu den 7k auf youtube danke 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 muss ich auch sagen ich weiß abonnentenzahl ist nicht so ausschlaggebend ausschlaggebend aber ich bin trotzdem sehr sehr stolz darauf muss ich sagen was das was macht das so mit dir ich habe danach gefiebert und immer wieder aktualisiert muss ich sagen konstantin hast du das jetzt die ha du hast den deckel aufgemacht und die flügel okay das ist geil so wollen wir das sehen so wollen wir das sehen nee das ist nur für xbox und pc und seit die mann noch mal einmal flügelspitzen hochklappen kann sein dass er aber auch online online modus weg ist philippos ja der erste claudia ist glaube ich heute in rente gegangen das ist nice das ist nice oder müssen wir für immer fragen die claudia macht die claudia ich habe heute probleme mit dem programm ich kann nicht rein okay dann hat jetzt erlebe ich mit der claudia entschuldige bitte aber hier ist die wiki weißt du was ich bisschen schade finde hallo hallo wieso höre ich mich denn selber nicht was wohl das ding so leise habe ach ist doch scheiße mit dem doppelt gehört ja wegen dem eurofighter muss ich meinen eigenen sound so leise haben deswegen höre ich mich selber nicht okay lass mal weiterfliegen jetzt hier ja ich fliege schon ähm philippe ich wollte nur sagen ähm was wollte ich denn jetzt sagen ach man dass wir so auf dem konzept gericht ein schöner start hier von goofy und mir äh wth 145 auch in microsoft weiß ich doch nicht woher soll ich das wissen vielleicht werden wir sehen dann gut wir müssen nach links was ist euer lieblingsflugzeug eurofighter oder flanker training 14 eurofighter oder flanker 14 ist auch gut wenn wir zur funktion der klappt flügel wenn ich die f14 nicht mit übernehmen kann das wäre echt scheiße was wollte ich denn gerade sagen dass die teige auch schön ist die taiga ist schön muss ich wirklich sagen es ist ein schönes lukzeug der max fliegt auch die taiga dann sehe ich ja nachher wie die aussieht im discord heute noch mal werbung für den discord der max haut einmal geile bilder rein der könnte auch eigentlich unser persönlicher fotograf werden also im game eigentlich ist unser tour fotograf genau wo der freut sich ja noch mehr da kommt ja ein richtiger foto modus raus ich bin gespannt auf die ergebnisse von max und dann wäre das geil wenn wenn der noch wenn man multiplayer auch so ein foto modus hätte quasi und dann hat der philipp schon wieder vergessen und dann könnte der mit uns fliegen und dann fotos von uns machen richtig geil was habe ich vergessen ein viel um ein viel scheiße ja man kann luftschiff fliegen im nächsten teil auf jeden fall jetzt kannst du die rein modden aber im nächsten teil kommt es auf jeden fall fuel ist voll mehr finde ich auch cool ich finde das auch cool dass so viele flugzeuge mit kommen so viele fliegen wir wollen doch air to air machen ok aber ich versuche an air to air zum nachbrenner hier eigentlich soll das immer ja wie viel gibt es denn jetzt hier stehe ich nicht schritte 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 weiß jemand wo der schnorchel rausgeht beim eurofighter er hat doch gar keinen hat er keinen er hat doch gar keinen kann man denn hier so alles zu pilotenheizung einschalten das ist wichtig ich mag kuchen jubi danke für den follow danke für den follow rechts wurde mir gesagt rechts rechts ist da wo der daumen links ist ist auch richtig bescheuter spruch eigentlich ne weil es ja du kannst ja auch einfach die hand ein bisschen drehen der nächste punkt wo wir landen ist in leipzig 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 der hat doch gar keinen sagt der simon hat er wohl hat er wohl der eurofighter hat er wohl ja dann kommt gleich das tankflugzeug hoffentlich ich habe bei 25 prozent wir sind jetzt schon bei 70 keine freundschaftsanfragen danke ich hoffe das kann man auch im neuen game einstellen dass das irgendwie geblockt wird oder nicht so prägnant angezeigt wird das ist glaube ich das kann man glaube ich über das xbox konto machen ich bin mir war nicht ganz sicher irgendwie wir haben schon topgang geschaut sogar mehrmals sowohl topgang 1 als auch topgang 2 und ich freue mich sehr auf topgang 3 obwohl mir der viel zu früh rauskommt das fühlt sich wieder so an wie wir drücken alles raus wir wollen den letzten groschen da aus der ja aber weißt du warum ich mir keine sorgen machen mache weil Tom Cruise dabei ist der macht keine schlechten filme nur schlechte entscheidung ja ok ich meine jetzt Tom Cruise als schauspieler nicht als mensch mhm ok ja das gibt es leider nur noch gepackt die man so auf der leinwand sieht nicht der der in der fußgängerzone mit so einer bibel da irgendwo steht den meint das sind die schlimmsten ich möchte mit ihnen über gott reden oh gott na dann fangen wir an möchten sie zeuge jehovas werden ich hab den unfall doch gar nicht gesehen mach jeweils einen rechten winkel mit dem jeweiligen zeigefinger und daumen und dann kannst du das richtig geschriebene L an der linken hand erkennen ich denke dass der nächste MFS 2030 ist woher hast du diese Informationen er denkt das deswegen ich denke ja ok aber da muss ja irgendwo irgendwo muss das ja herkommen kannst du eine fas mily rolle machen wo die rechte flügelspitze immer circa auf derselben Höhe bleibt Weißt du, wie ich meine? Warum unbedingt die rechte? Ja, oder die linke. Also quasi eine gerade. Ja, nicht, dass du dich um die eigene Achse, sondern so leicht versetzt und das Ding bleibt immer... Also es geht um die Flügelspitze, nicht um die eigene Mittelachse. Achso, ich weiß, was du meinst. Du musst leicht schräg stehen dafür. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin dir gar nicht so tief. Ciao, Ardyn. Ich glaube auch, Mr. Cool. Keine Kapriolen. Kapriolen ist auch so ein schönes Wort. Das ist so richtig gut, ey. Auch richtig gut gewordet. Ey. Weißt du, was hier für ein Ort ist? Der heißt einfach Lederhose. Leder? Nein, echt? Ja. Kein Scheiß. Lederhose. Lederhose. Alter, da wohnen 50 Leute und die haben alle eine Lederhose. In 737 Lederhose. Ja. Die halten dich für bekloppt, wenn du das sagst. Wie heißen die Straßen da? Reißverschluss? Boxershort? Es brennt am 40. Ich wohne Hemdchen 3 in Lederhose. Ich weiß auch nicht, was mit meinem Nachbrenner ist. Der ist kaputt. 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 Wie weit ist es noch bis Leipzig? Wann sind wir endlich da? Wann sind wir da? Wann sind wir endlich da? Connect to Sim. Guck mal, so weit noch. Wir sind grün und orange ist Leipzig. Also nicht mehr so weit. Hier ist Taucher. Hier ist Poserna. Hier ist 30. In Sößen. Jo, meinst du, es wird auch Verkehrsschilder geben, mal verstanden? Ich kann Kobermanöver, ja, aber nur mit der Flanker. Was? Hier ist Klein Gören. Klein Gören. Klein Gören. Okay, ich weiß nicht, gibt es irgendwen, der Gören heißt? Ein bisschen kleine Göhre, das erinnert mich da dran. Okay. Warum dieser Hass? Sag mal. Weil du mich gerade Lederhose genannt hast. Eigentlich nicht. Ich habe den Ort Lederhose genannt. Äh, Labach. Du Ledergesicht. Kannst du bitte abstützen? Wen denn? Hast du kein BH an, Simon? Ich habe heute noch mein T-Shirt an. Wie sieht es hier ein Unterhemd? Kannst du bitte abstützen. Aber wen soll ich abstützen? Oder soll ich eine Liegestütze machen? Oder? Hallöchen, Condor. Meine Bücher im Hintergrund, die eine Buchstütze brauchen. Oh, sorry. LB 1969. Stell die Frage. Hallöchen, habt ihr mal eine Frage, sagt er. Gaudi ist aber lange auf dem Klo. Ja, ja. Fini, danke für die Rosen. Ne, Finn HNV, danke für die Rosen. Und Fini, danke für den Brat. Durchfall. Du. Sag ich, guck zu selten. Kannst du bitte abstützen? Und dann kommt als Nachfrage, aus meiner Nachfrage du. Ja, habe ich schon verstanden, dass ich abstützen soll. Aber was? Was soll ich abstützen? Vielleicht hast du eine Pflanze, die hinten runterhängt. Kannst du die ein bisschen abstützen? Oh, dann bricht gerade meine Dreckdecke ein. So warnt ihr mich gerade hier irgendwie. Warte mal, ich stütze mal. Da, ich stütze gerade ab. Ich halte meine Decke jetzt fest, okay? Halt gut fest, Simon. Ich halte gut fest. Ohne Scheiß, ich merke richtig, wie die da runterkommt hier. Die Gestütze. Okay, ja, die mache ich gleich, okay? Habt ihr heute schönes Wetter gehabt? Ja, richtig schönes Wetter. Richtig schönes Wetter. Ich war noch ein paar Welle verprügeln. Abstürzen vielleicht. Meinst du ehrlich, der hätte das meinen können, der Mika? Glaube ich nicht. Der hat ganz klar ab und dann Leerzeichen und dann Stützen geschrieben. Ich glaube, der meinte abstützen. Warte, wir spielen das noch weiter. Was meint der denn damit? Liegestützen? Er soll, also wenn er abstützen meint... Ich soll ihm liegen abstützen? Liegestützen abstützen? Hä? What the fuck, Alter? Bist du auch Pilze? Wäre eine gute Erklärung. Wie warm. So Mitte 20 Grad, würde ich sagen, oder? Ja, für 23 Grad. Ja, irgendwie so. War schon warm auch. Mann, ich will jetzt aus meinem Eurofighter gleich aussteigen und rumlaufen. Och du Scheiße. Mir kommt eine 3-4-3 entgegen hier. Hallo! Ist das der Jürgen? War so ein ähnlicher Jürgen. Ja, also der Black Max, oder was? Nein. Ja, also so die Temperaturen heute waren richtig schön. Aus dem Weg. Bist du heiß? So 40 Grad oder so. Das kann ich nie leiden. Am besten noch schwül dabei. Oh, smooth landing. Nice. Das war doch mal eine geile Landung, Leute. Da muss ich sogar was spucken. Ich muss mal unser Gewicht runterstellen. Ich will ja schon, dass jetzt gleich... Hallo, wo ist Gewicht da? Gleich mal die Maschine kommt. Wie alt bin ich? Rate mal. Mal. Claudi hat ein Date mit Trump. Ja, kann das auch sein, ja. Kann sein, dass wir zusammen auf Klo verschwunden sind heute. Alter, hier ist aber Ruckelfestival aus der Hölle, Alter. Ist das 2024? Äh, ja. Das ist tatsächlich... Wir haben heute den 20. Boah, Simon, Alter. Was ist denn los mit dir? Sogar du gehst mir jetzt auf den Nerven mit deinem Klugschiss, ey. Ob du die Fragen nicht verstehst, ne? Oh! Ja, was denn willst du denn sagen, wenn die anderen schreiben will, willst du abstützen? 24 minus 3, 32. Was? Zerziel, 100. Guten Abend. Achso, mein Alter. 100? Nein, das ist nicht Microsoft-Flugsimler 24. 2024. Nein, nein, nein. 24. Nee, ich bin tatsächlich 35 Jahre alt. Merkt man gar nicht. Ja, dir sieht's man aber an. Arschloch. Wem? Dir. Ich muss jetzt hier auf dem Weg eine Luftbetankung machen, Leute. jetzt kommt gleich die Luftbetankung. Dann könnte es ja quasi mein Vater sein. Wo ist die Luftbetankung? Sehe ich den auch? Hol du dir den. Ja, ich hole mir den. das ist doch ranstecken. Holst du dir den Microsoft 24? Ja. Was ist das für ein Spiel, das Microsoft-Flugsimler 2020? 20? Ich bin neun. Ich bin neun. Ah, süß. 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 Wie lange haben wir denn noch bis zum Flughafen? Schaffe ich das überhaupt? Könnte schwierig werden. Ich überlege gerade, ob ich mit neun Jahren schon gezockt habe. Nein, hab ich nicht. Ich schon, Super Nintendo. Nee, niemals. Und Playstation 1. Ja klar. Ich war in der Grundschule. Playstation 1 hab ich in der Grundschule auf dem Schulhof ne gecrackte Playstation gekauft. Neun. Ja, mit neun. Du warst doch nicht neun, du warst schon älter. Nee. Ich bin mit zehn bin ich doch in ne weiterfühlen Schule gekommen. Wie soll das denn sonst funktionieren? Ach so, ich dachte du meinst, okay, dann reden wir über ne andere gecrackte Playstation. Ich hab da ein anderes darüber gedacht. So, jetzt hier, ich hab 25 Prozent, jetzt müsste mein Tanker eigentlich automatisch kommen. Da konnte man gebrannte CDs dann darauf abspielen. Okay, wo kommt er? Ah ja, jetzt hat sich mein Game bewegt. Ach, mein Dings bewegt. Hier ist er. So, jetzt müssen wir tanken, Leute. Jetzt müssen wir tanken. Hast du die einfache Version? Wo will der hin? Warum fliegt der weg von mir? Was ist eigentlich mit diesem Fluggerät auf einmal? Ist kaputt? Ich weiß warum. Wir holen schon mal erstmal die Probe raus. Oh Gott, das wird schwierig. Hä? Also dieser Nachbrenner, der ist wirklich komisch. so, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier die Luftbetankerung auch während des Streams hinbekommen. Ihr seid live dabei. Woo! Ich habe den Tanker auf 350 Knoten gestellt. Das war mein Problem. Der stand auf 77 Knoten, deswegen bin ich immer an ihm vorbei geballert. So, jetzt probieren wir mal was aus hier. Ciao, Flying Raccoon. Gute Nacht. Schlaf gut, ne? Ich wünsche ein schönes Nächtle. Ach, ne. Grober Manöver geht mit dem Teil hier nicht. Das ist viel zu schwach. Das ist viel zu schwach auf der Brust. Das liegt ja an Triebwerk, wenn sich das irgendwie besonders bewegt. Das hatte doch mal einer in den Kommentaren geschrieben, dass die Russen da so ein besonderes Triebwerk haben. Naja, dieses 3D-Triebwerk. Genau. Aber es ist, bei der Flänker ist das glaube ich nicht so. Das ist das schönste Land für dich. Italien. Oh Gott, ich bin so viel höher. Italien ist das schönste Land für mich. Sorry, ich bin gerade konzentriert. Ich versuche hier die Luftbetankung zu machen. Macht ja nichts. Könnte sein, dass wir am Flughafen vorbeifliegen. 3D-Thrust-Vectoring. 3D-Thrust-Vectoring. Mhm. Habe ich nicht auf Junkie stehen? Schweiz ist auch ein richtig schönes Land. Opel will UK. Was passiert hier? Goat's to learn. Hi. Er sah so gut aus, aber ich war so daneben. Die schreiben gerade alle rein, was wir für Werbung bekommen. Das ist interessant. Die SO27 hat keine Schuhvektor. Ja, sag ich ja, aber die kann es trotzdem. Smelt pen. Smelt pen. GTA 1982-Racer ist auch hier im Game. Warum kann ich das nicht mehr? Hä, ich habe doch auf Rookie stehen. Warum ist das so schwer geworden? Welche S-Bahnlinie von Berlin ist die beste? Die, die ganz wenig besucht wird. Die S5. Wo ich alleine drin sitze und niemand neben mir sitzt. Könnt ihr mal den Flat Simulator verlosen? Nee, ist nicht geplant gerade. Wenn du 70 Euro spendest, mache ich das. Okay. Ja. Also ich finde die S5 am besten. In Berlin. Da kommst du zum Buchstellerladen. Okay. Warum so dramatisch? Weil ich nicht an den Tanker rankomme. Genau, nach Spandau. Ich liebe Spandau. In Berlin ist Spandau super. Schöne Grüße gehen raus an den Max. Beste. Beste Berliner Ort. Spandau. Gibt es jetzt Spandau, Spandau Bräu. Geile Malzbier. Knaben, Knabenbräu. Knabenmalz. Ich schaff's gleich, Leute. Mr. Kuhlberg, was würdest du sagen so? Das ist so deine Lieblings-S-Bahn-Linie? Als Ur-Berliner? Spandau ist nüch Berlin. Doch. Das gehört dazu. Berlin besteht nicht nur aus Prenzlauer Berg und das Berghain. Könnt ihr mal SCP-Containment-Bridge testen? Was ist das? Wuscht es? Ich will das jetzt schaffen, Simon. Ja, bitte mach. Tu dir keinen Zwang an. Alles gut. Ich fliege gerade voll am Flughafen vorbei, nur. Krass, im Video, als wir es gemacht haben, war es viel, viel einfacher. Ja, dann haben wir mal eine lange Sommerpause dazwischen. Vielleicht liegt es daran. Alter, das ist ein UFO. Was ist das denn? Man muss einfach geduldig sein. Immer. Das ist wie ein Lotto-Gewinn. Da muss man auch immer geduldig sein. Irgendwann kommt der. Irgendwann. Da seht ihr mich, wie ich mit dem Heli einfach den Philipp abgeholt habe. Und wir fliegen nach Amerika. Hä? Aber warum saugt sich das nicht mehr ran? Hast du den richtigen Modus? Ja, ich bin im Rookie-Modus. Rookie? Alles andere ist auch nicht machbar. Mr. Cool, wo gibt es den besten Döner in Berlin? Und die beste Currywurst. Okay, ich gebe auf. So, wo muss ich denn hin hier? Und dann erzähle ich euch eine Story zu einer Currywurst in Berlin. Curry 36. Waren wir mal. So, wie heißt das Spiel? Microsoft-Flugsimulator. Moin moin. Wie macht man tanken? Wie ist die Frage gemeint? Wie macht man tanken? Jetzt wie nun anstehen für einen Döner? Niemals. Wenn ich um 10 Uhr morgens da hingehe und einfach einen Döner esse. Na, isst doch keiner Döner um 10 Uhr morgens. Also, Leute, ich war mal mit dem Philipp hier in Berlin. Da waren wir auch bei Curry 36. War nicht so besonders. Da hatte ich meine vegane Zeit und habe keine Currywurst gegessen. Genau. Und das war so lustig, weil die haben das ja, die bieten das ja an da. Also eine vegane Wurst auch. Und trotzdem, als ich das bestellt habe, hat der Curryverkäufer so laut und ungläubig irgendwie gerufen. Was willst du, eine vegane Wurst? Und dann hat er gesagt, wer will die denn essen? Und dann habe ich noch einen Film gezeigt. Und dann haben sich einfach mal so voll viele Leute umgedreht in der Schlange. Das war aber situationskomisch. Also wenn ich jetzt so zurückblickend erzähle, ist das gar nicht so lustig. Aber da musste ich sehr lachen. Das war nicht mehr witzig. Warum ruckelt es hier? Alter. Und vor allem, der hat das so, der hat das so auf so geil berlinerisch gesagt. So, der hat das so richtig hingerotzt quasi, so vor meine Füße. Das war so richtig witzig einfach an dem Tag. Sollen wir weiterfliegen? Ich lande hier nicht. Ich brauche nicht landen. Ich habe ja getankt in der Luft. Ähm, ja, ich weiß noch nicht wohin. Ich habe das jetzt ja nicht mehr drin. Achso, ist die Tour hier zu Ende? Ja, ja. Warum habe ich denn jetzt hier noch... Wo will Alan wieder hin? Er will wieder zurück nach Leipzig. Okay. Äh, wir fliegen jetzt nach Hamburg. Finden wir Hamburg selber? Wir können ja mal einen Try and Error machen. Hamburg ist doch... Richtung Norden. E... E... E-D-D-H? E-D-D-H. Helfen wir mal kurz. Ja, E-D-D-H. Ich bin schon mal gefunden. Das ist neben E-D-D-H-I. Das ist Richtung... Mein Gott, so viele Fenster offen. Verpisst dich. Verpisst euch alle. Verpisst euch Fenster. Verpisst euch. Das ist Richtung 200... 300 Grad ungefähr. So circa. Nord-West? Mein Flugzeug fliegt einfach nicht mehr auf Höchstgeschwindigkeit. Und ich kann dir nicht sagen, warum. Äh, eine Portugal-Tour haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Wir sind auf Twitch, ja. Andi, Andi, Macht. Okay. Von Pizmiete? Scheiße Atmosphärendruck. Was möchte er uns damit sagen? Oh, schönes Stadion. Wo haben wir... Olympische... Olympia-Stadion Berlin. Mein Gott. Krass. Stadien sind aber sehr gut. Äh, so ein bisschen rechts. Kann... Fliegst du mir nach? Ja. Ich habe hier noch mein anderes Ding in hier offen. Da kann ich zwischendurch Ziele eingehen. Ein bisschen rechts noch halten. So, das war auch dich bezogen, Simon. Ich wechsle eben das Flugzeug. Ich komme sofort nach wieder. Ja, du kannst ja bei mir joinen. Ja, genau. Jemand spinnt damit. Habe ich nicht gerade schon Wasser getrunken? Das sieht so aus, als ob die Flasche noch voll ist. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Immer genug trinken. Auch beim Fliegen, Leute. Ja, stay hydrated. And high. Stay high and hydrated. Ich nehme die Flanker jetzt. Was ist euer Lieblingsfußballteam? Schalke 04. Ich freue mich so, wenn ich endlich schnelles Internet habe und man vernünftig online mit anderen spielen kann, fliegen kann. Echt? Darf ich fragen, was für ein Internet du hast? Man ist ja so verwöhnt mit seinem eigenen Internet, dass man dann, wie kann man denn, wie klappt das, dass es nicht klappt? Hast du den Tornado? Ne, den Tornado haben wir gar nicht gekauft, ne? Nö. Weil der Hans Wusch gesagt hat, der ist nicht so jott. Ja, und dann hat er aber hinterher gesagt, ist jetzt besser geworden. Ich muss mal Fenster aufmachen hier. Wäre so ein Blühen. Hä? Bist du das hier? Bist du gerade bei Halle? E-D-O-V E-U-West, Simon. Auf und Zeichen mitfliegen. Ich sehe den Namen gerade hier nicht. Arschloch. Arschloch. Guck mal, wer ist denn hier? Patrick. 50.000 auf 11 Parteien aufgeteilt. Okay, das klingt illegal. Ich einen Schutzmann fragen. Ne, lieber Verlof ich mir. Ja, ja. Stimmt. Da, ähm, Mr. T hat es für dich reingepackt, Simon. Was? Mitfliegen. Alter, Leute. DJ Hell, wie geht's dir? DJ Hell, wo bist du denn jetzt? Ungefähr, Zeichen. Noch ein Stück. Aber jetzt hab ich die, die ich habe zum Geburtstag bekommen. Ciao, Sven. Gute Nacht. Schönes Wochenende. Wir waren noch hier irgendwo in Berlin. Hi, wie geht es euch? Ich war lange nicht mehr da, da ich keine Zeit hatte. Aber jetzt hab ich die, ich hab zum Geburtstag. Du hast Zeit zum Geburtstag bekommen? Krass. Ey, das ist Black Max. Dann kannst du gar nicht so weit weg sein, oder? Wie lange dauert es noch? Bitte keine Aus... Warum haben wir nicht mehr Caps Lock-Bann drin? Muss ich mal wieder reinmachen. Dann müsste doch eigentlich hier irgendwo einer... Boah, Mr. T, ey. Danke dir, Sveni. Ich fliege bei Black Max. Mit dem fliege ich. Mit dem vertraue ich. Black Max ist bestimmt bei mir in der Nähe. Mene, Leute, im Dunkeln, in Jutmunkeln. War, machen Sie mal bitte das Licht an. Wir müssen gleich noch... Wir müssen gleich noch ein Gruppenfoto in Hamburg machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. In Hamburg vor allen Dingen. Jetzt, jetzt... Da muss ich meinen Controller noch rausholen. Da unten ist der Philipp da. Ich sehe ihn doch, den kleinen Lümmelsack. Ich bin hier über Wendemark. Wow. Ich frage dich 20 Mal, während ich über dir Map-Hover, wo du gerade bist. Keine Antwort. Und jetzt, wo ich hinter dir bin... Nein. Ja, herzlichen Dank auch. Du hast gefragt, bist du da? Bist du da? Bist du da? Ich habe gesagt, bist du da... Wo bist du denn ungefähr? Bist du hier irgendwo ungefähr? Wo bist du denn ungefähr? Ich dachte, das war ein Witz. Also, ich bin zwischen Berlin und Hamburg. Musst du noch mehr wissen? Perfekt. Ja, ich habe dich nicht gesehen auf der Karte. Habe ich dir jetzt auch schon dreimal gesagt. Ja, habe ich auch verstanden. Aber ich kann darauf nicht antworten. Was willst du? Du willst das von alleine hinkriegen. Okay. Ja, oder nicht? Warte. Ich schreibe es dir gerade. Warte, ich schreibe es. Wo ist mein Montagepapier? Ja, schreib dir das auf. Schreib dir das gerne auf. Bin gespannt, was du dir aufschreibst. Warte mal, wo ist mein Stift? Ich kann dir einen leihen. Oder kriegst du das alleine hin? Philipp ist ein Huse. Merken. Okay. Warum beleidig ist jetzt meine Mama? Nächstes Mal einfach Philipp auflaufen lassen, weil scheißegal. Philipp auflaufen lassen, okay. Cool. Einfach Philipp ignorieren. Okay, cool. Puss. Kuss. Und Totenkopf meine ich noch daneben. Okay. Perfekt. Wow, DJ Hell, da hast du aber viel geskippt. Dann herzlichen Glückwunsch nachträglich und Glückwunsch im X56. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Ja. Auch von mir. Ihr wolltet doch den Britza und der Thunderbolt haben. Ja. Wie? Wie meinst du? Wow. Okay, Tobi, kannst du dich selber kurz timeouten? Wie teuer hast du den Eurofighter geschossen? Oh, weiß ich nicht mehr. DCS. Raus hier. Geil. Okay, Flanker ist ein geiles Flugzeug. Wuuuuh. Wie lange seid ihr live? Äh, jetzt seit... Zwei Stunden 19. Zwei Stunden 19. Was? Schon zwei Stunden 19? Naja. Eine Stunde 52. Okay. Ich schon seit zwei Stunden 19. Ja, wir haben auch den Formel-1-Wagen. DC ist besser. Ich glaube, beim FC Bayern, Tobi, wurde der Account gehackt. Ich glaube auch. Könnte auch richtig gemein sein. Einfach TikTok schließen oder was? Nee. Einfach sagen, du hast doch nicht mal ein Gerät, womit du irgendwas spielen kannst. Gibt's nicht einen Flugsimulator fürs Handy? Oh, der war fies. Ey, weißt du, was ich gerne mal besuchen würde? Hier in Deutschland? Die Wüste. In Deutschland eine Wüste. Okay. Wie lange sind wir noch live? Ah. Bis wir in Hamburg angekommen sind. Fisch. Ach, kommt jetzt hier wieder mein Transportflugzeug? Hallo, Flash. Ach, mein Tankflugzeug, oder? Soll ich nicht tanken? Ich bin ja auch ausgeschaltet eigentlich, aber okay. Ich bin ja nur mal sicher. Ja, doch, der kommt da wieder. Hab ich doch ausgeschaltet. Bielefeld? Ich bin Bielefeld. Wüste. Bielefeld existiert doch gar nicht. Warte, wir googeln mal eben. Wüste. Deutschland. Das ist hier. Lieber Osa. Lieber Osa. Wüste. In. Lieber Osa. Geil, man kann mittlerweile auch eine FH-18E als Tankflugzeug requesten. Krass, ey. Die Mod hat echt krass viele Updates noch gemacht. Woher bekommt man das Menü? Einfach hier oben her scrollen. Oder meinst du das hier? Airshow Assistant. Das ist eine Mod, die musst du kaufen. Die kostet die Geld. Die kostet aber nicht viel Geld. Kann viel, viel. Viel, viel mit Formation fliegen und so. Das ist eine Mod. Airshow Assistant. Was zeugt eure CPU-Temperatur über Taskmanager? Meine liegt bei viel Wolken bei 65 bis 70 Grad. Mein Liquid hat 48 Grad. Ich kann in meinen PC gucken. Meine GPU hat 52 Grad. Meine CPU hat 84 Grad. Aber es ist auch ein Ryzen. Die sind immer sehr heiß. So, wir kommen gleich in Hamburg an. Zugfan, danke für dein Follow noch. Nachträglich. Ich weiß nicht, ob es jemand das gesagt hat. Ribo, danke dir für dein Follow. Und CS, Yon der Geile. Ich hoffe, es ist schon richtig ausgesprochen. Auch dir danke für dein Follow. So, da fliegen wir mal nach Hamburg. Langsamer, langsamer werden. Sorgen sollte man sich machen, wenn es über 100 Grad geht. Das stimmt. Ja, ich achte darauf, dass ich nicht abstürze. Aber es ging ja vorhin auch um abstürzen. Ey, Finn, können wir nicht. Ich mache mir hier keine Sorgen. Kannst du testweise Windows und L drücken? Junge, du weißt immer noch nicht, mit wem du sprichst. Also, nee, ich möchte meinen Computer nicht sperren. Danke dir. Wow. Wow. Oh, einfach wow. Ach, einfach nicht lustig. Weißt du auch nicht. Ach, echt einfach nicht lustig. Komm mal mit guten Tasten abkürzen. Zum Beispiel SRG Shift Escape. Drück das mal bei dir. Das finde ich sonst hilfreich. Drück Alt F4. Drück, drück, drück. Luis. Ach so, in... Ja, gibt es. Da kommt aber am Wochenende ein Video raus. Da erklären wir das nochmal. Oder gehen wir nochmal drauf ein. Alt F4. Man guckt alt aus der Wäsche. Sollte sich das reimen? Ja, cool. Das ist doch gut. Gar nichts. Windows R, Shutdown, minus A und dann los. Oh, meine CPU-Temperatur liegt bei 70 Grad. Ui, Flash, danke dir. Und CPU ist raus. CPU Sockel-Temperatur 48 Grad. Das ist ja in Ordnung. Ja. System-Temperatur 38 Grad. Das ist auch in Ordnung. Die ist alles in Ordnung. Wo sind wir eigentlich hier? Hatter weggemacht hier. Oh, ich bin schon drüber geflogen. Ach, scheiße. Ich lande gerade. Mal so ein Smooth hier. Was sagt ein Elefant zum Kamel? Weiß nicht. Tja, waa. Standard-Landung. Ja, Flugsinn braucht ja auch meistens, oder am meisten CPU-Tem-Performance. Ey, du Elefant. Ah ja. Replay brauchen wir. Macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Was? Macht gar keinen Sinn? Was sagt ein Elefant zum Kamel? Ey, du Elefant. Macht gar keinen Sinn. Macht absolut gar keinen Sinn, nein. PC kann auch einfrieren, ja? Klar. Schade, dass der Replay-Buffer alle anderen Flugzeuge irgendwie quer in den Boden stellt. Du hast zwei Kirschen auf dem Rücken. Okay. War doch eine schöne Landung, Alter. War doch mehr als eine Standard-Landung. So, jetzt wird gelbomst hier. Wem wird schlecht? Wem wird also schlecht. Wem wird also schlecht. Na, wem wird schlecht. Wem wird schlecht. Ist das der Alte? Ist das der Alte? Was denn? Das Flugzeug? Ist das der Alte? Gibt schon neun Simon. Ansonsten kenne ich noch die Fernsehshow, der Alte. Das gab es früher mal. Das war ein Polizist. War nicht ganz cool. Ui! Was hast du gemacht? Die Silvie kennt bestimmt auch so den Alten. Den Alten? Fernsehsendung. Uah, du Scheiße, was ist jetzt los? Ei, ei, ei. Ups, der Bremst. Simulator. Ja, das ist noch der Alte. Der Alte. Das ist gut. Das ist der Aktuelle, muss man sagen. Genau. So, Leute. Macht euch schon mal bereit hier. Warum sehe ich keinen gerade? Oh, oh. Ah, da kommen sie. Macht euch bereit. Ich würde sagen, wir treffen uns am Tower von Hamburg. Ich mache meinen Kontrolleremd an, dann fliegen wir dahin. Johnny, danke für den Follow. Johnny, Johnny, Johnny. Wo ist der Tower? Da ist der Tower. Wir stellen uns genau hier so. Hier so machen wir. Hier ist gut. Wo so? Wo bin ich hin? Ich muss weg, kurz einmal. Komm wieder. Wo stellen wir uns hin? Auf die Wiese? Was ist immer, was soll das? Wieso nimmt der mal Gas? Simon? Auf die Wiese oder was? Ja, 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 irgendwo da. Also, Leute, kommt alle her hier. Vor den Tower von Hamburg. Wir machen ein Gruppenfoto im Flugsimulator hier am Ende unserer Deutschland-Tour. Ich bin der Fotograf. Obwohl, ich stelle mich einfach schon mal dahin. Dann kann ich einen... Alle neben mich kommen. Ich gehe in den Kameramodus. Schau, Kass. Da bin ich. Da bin ich. Äh, Drohnengeschwindigkeit. Ein bisschen höher drehen. Oh Gott. Oh, nee. Wer kommt denn jetzt hier mit dem A380? Jo, fahr mal. Was fliegst du wieder? Warum habe ich das nicht? Jo, ey. Das war richtig heftig mit den Grafikkarten zu der Zeit. Hätte man das gewusst, hätte man vorher mal ein paar gekauft, ne? Müssen noch mehr sein. DJ Hell, hier, rankommen. Da ist der Black Max. Der hat die Taiga noch. Jo. Sehe ich. Three Monkeys am Start. Ja, Hans, wurscht. Heute bist du spät dran. Hansi, Hansi. Hansi. Wie bewegst du dich mit dem Controller? Alles gut bei dir. Aber musst du natürlich in den Einstellungen einstellen, dass du die Drohnen, dass es quasi die Drohnen fahrt. Haben wir in unseren Videos auch immer genutzt, um zu tun, als ob wir laufen würden. Genau. Wir sind nämlich gar nicht gelaufen. Wir sind. Nee, jetzt kommen die ganzen Tricks raus. Jetzt können wir es ja verraten. Wieso habe ich das Lockbuch geöffnet? Ey, locker. Was denn? Wie? Wie? Im Discord, ist was drin, echt? Disco, Disco. Was denn? Wo denn? Haben wir irgendwo einen Kanal, der Real Life heißt? War ein Scherz. War ein Scherz. Ja, die Real Life Guys drin. Real Life. Ah, ja. Ja, okay, dann sind wir nicht so viel. Kann nicht sein. Wir waren doch ganz viel mehr. Das sieht gut aus. Seid ihr schon alle im Bett, oder was? Alle ins Bett mit euch. Was hat der Hans Wurscht denn? Ich will auch. Ich finde nix. Gut. Ja, dann Leute, dann wackelt mal alle mit den Flügeln. Im Höhenruder oder Seitenruder oder Querruder. Nicht abheben. Wackeln. Wo ist denn der Simon? Ach, da ist der Simon. Hast du doch einen Eurofighter genommen? Ja, ich hab nen Flänker. Hä? Ich seh dich als Eurofighter. Komisch. Oder bist du jemand anderes? Ach, da bist du. Du bist gar nicht angezeigt. Ist ja noch lustiger. Mhm. Na guck mal, dann haben wir wenigstens mal wieder hier ein Gruppenfoto gemacht. Obwohl das sehr schmal ist. Ich dachte, wir wären mehr. Wir waren auch vorhin mehr. Ist halt schon spät. Ist schon spät. Zeit, um aufzuhören. Also, es wird nicht whole. hop. 我的 situation. Vielen Dank. Hi. Were you? Graingeris. Hills. Do you. vedилаť. You preciso También. You know. Am Beaujau. You need to know what world. Everything. You're Ona's going to know what to happen. Untertitelung des ZDF, 2020